Die letzten Jahre haben beispiellose Umbrüche über das ewige Land Keltalas gebracht. Auf Anweisung ihres geisteskranken Anführers Keltas Sonnenwanderer kanalisierten die Blutelfen gefährliche chaotische Magie und verwandelten ihren heiligen Sonnenbrunnen in ein Tor unsäglichen Übels. Als Keltas und seine dämonischen Meister schließlich besiegt wurden, vollzog sich jedoch eine andere Verwandlung im Sonnenbrunnen. Ein sterbender Nauru opferte seine Lebensessenz, um aus dem Sonnenbrunnen wieder einen Quell heiliger Energie zu machen. Nun erblickt der Regent der Blutelfen Lorde Materon wieder einen Schimmer Hoffnung für sein Volk am Horizont. Das Licht des Sonnenbrunnens könnte die Blutelfen von ihrem Fluch befreien, doch viele klammern sich an die angeeigneten Arkanenkräfte und zögern sie aufzugeben. Als einer der Blutelfen müsst ihr für den Schutz von Keltas kämpfen und eurem Volk helfen, sein Seelenheil zu finden. Das Licht des Sonnenbrunnens könnte die Blutelfen erinnern sein. Das Licht des Sonnenbrunnens könnte die Blutelfen erinnern sein. Das Licht des Sonnenbrunnens